Musik Salach liegt landschaftlich reizvoll im Herzen des Filztals und des Landkreises Göppingen. Mit seinen über 7.900 Einwohnern ist Salach eine moderne und lebendige Gemeinde mit gewachsenen Strukturen. Ein hohes Maß an Wohn- und Lebensqualität ist das Markenzeichen. Die malerische Landschaft des Filztals, direkt am Fuße der Schwäbischen Alb, lädt zum Radfahren, Spazierengehen und Wandern ein. Salach ist in dem Herzen des herzlichen Filztals, in der Stadt Göppingen. Mit seinen 7.900 Inhabitäten ist Salach eine moderne und lebende Municipalität, die über die Zeit evolviert hat. Its trademark is the high quality of life it provides. The picturesque Landscape of the Filz Valley, right at the foot of the Swabian Alp, invites you to go cycling, walking and hiking. Musik Music Musik 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 Lassen Sie sich einfangen vom klassischen Charme auf Burgstaufneck. Die Lage des Hotels ist phänomenal, da das Hotel auf einem Hügel liegt, kann man weit ins Land hineinschauen. The hotel boasts a phänomenal location. Pushed on the hill, it gives you a panoramic view of the countryside. Die Lage des Hotels sind die Lage des Hotels und die Hotel auf dem Spiel. Dann füllen die Flasen in Baden-Hügel. Die Lage des Hotels sind die Flasen in Baden-Hügel. Herzlich Willkommen im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Burg Staufeneck mit luxuriösen Unterkünften in einer reizvollen Stadt der Schwäbischen Alb. Herzlich Willkommen im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Burg Staufeneck, das luxuriösen Unterkünften in einer reizvollen Zeitung auf der Schwäbischen Alb. Genießen Sie den Wellnessbereich, gehen Sie schwimmen, finden Sie Entspannung pur in der Sauna weit weg vom Stress des Alltags oder lassen Sie einfach die Seele baumeln. Enjoy the Wellness area, take a swim or find utter relaxation in the sauna far removed from the stress of everyday life. Or simply take a welcome breather. Genießen Sie in der Sauna weit weg vom Stress des Alltags oder lassen Sie in der Sauna weit weg vom Stress des Alltags oder lassen Sie einfach die Seele baumeln. Ruhe und Zurückgezogenheit. Moderne Seminarräume schaffen eine fruchtbare Arbeitsatmosphäre. Wir bieten Ihnen fünf verschiedene Seminarräume, alle hell und luftig, im heute üblichen Technikstandard. Unser Bankettverkaufsteam erarbeitet mit Ihnen professionell den Ablauf der Veranstaltung. Urige Gemütlichkeit, schwäbische Gastfreundlichkeit und leckere Staufenecker-Klassiker. Das sind die wichtigsten Zutaten für einen entspannten Besuch im Burgbistro. Rustic Coziness, Swabian Hospitality und delicious Staufeneck-Specialties are the essential ingredients of a relaxed visit to the Burgbistro. Im Gourmet-Restaurant zeigt Rolf Straubinger seine mehrfach preisgekühlte Küchenkunst am liebsten mit mediterranen Interpretationen regionaler Klassiker. Am besten lässt sich der beeindruckende Panoramablick von der Sommerterrasse ausgenießen. Im historischen Burgkeller behalten wir für Sie Weine aus den bekannten Anbaugebieten der ganzen Welt vor. In den historischen Kastel-Cellars, wir erwarten Sie mit Vintages von renommenden Wein-growingen Regionen von überall. Luxuriöses Wohnen gilt als ein Stück Lebensqualität. Luxurious Living is a component of quality of life. Großzügig, anspruchsvoll, modern, gemütlich. Unsere Zimmer und Suiten sind zum Wohlfühlen eingerichtet. Eine temperierte Belüftung sorgt für angenehmes Raumklima. Spacious, sophisticated, modern, cosy. Our rooms and suites are furnished to make you feel comfortable. Air-conditioning guarantees a pleasant room ambience. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier können Sie ganz in aller Ruhe den Abend ausklingen lassen, bei einem Glas Champagner oder einem Cocktail. Das 5 Sterne Superior Burg Staufeneck verbindet Service, Gastfreundschaft und Lifestyle zu einem luxuriösen und außergewöhnlichen Hotelerlebnis. The 5 Star Superior Hotel Burg Staufeneck combines Service, Hospitality and Lifestyle, making for a luxurious and extraordinary hotel experience. The 5 Star Superior Burg Staufeneck